So, das haben wir wieder. Schön was. Und ja, ich habe hier eine schöne Strand, Front, wie auch immer. Mit sogar Quality sechs Stück. Dann nichts. Wie los. Nach wie vor ein Biest und ein Delph. Aber wollen wir das mit der T1 verschwenden, weil ich gehe schon davon aus, dass umso höher die Level sind. Umso besser die Ausbeute ist, oder? Ja. Dankeschön. Ist schon leer hier, wenn man das nur blau hat und nur so 20% hinkriegt. Also ja. Aber was soll ich machen? Ich kann hier ja nicht alken. Sind die Alks ja weg. Und das sustaint doch keine Sau, oder? Also da kommt doch nicht... Nur weil ich ein Alk reinschmeiße, kommt doch nicht ein Alk raus, oder? Also die Playlist ist eigentlich relativ schlecht, oder? Kann man das so sagen? Das Gesinge nervt mich eigentlich am allermeisten. Sonst bin ich ja hart im Nehmen. Da nehme ich halt alles, was irgendwie elektronische Musik ist. Aber dieses Gesinge ist... Sonst bumst es ja ganz gut. Aber müsst ihr unbedingt singen. Eine neue Strand. Lass mich halt jetzt zu meiner Strand-Map. Auch wenige Rares, irgendwie... Da waren ja... Es ist mir ja vorhin aufgefallen, am Ende der Campaign... Jede 10 Sekunden ein neuer Rare. Hier ist jetzt mal wieder einer. Oh, wo ist denn? Schon gestärbst. Na dann. Dich nehme ich auch noch mit. Da ist mal wieder ein Rare. Da ist ein Rare. Es ist Roosters. Nur, falls jemand sich wundert, warum ich keine Movement Skills benutze. Oder sonst so schlecht bin. Es ist Roosters. So. Können die Bosse was... Irgendwas Grünes machen hier. Die blauen Nerven von hier. Jetzt sehe ich die Bosse mal. Ja, 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 ja. Gut. Na dann. Verkaufen wir mal, was wir hier haben. Das ist ja schlecht, ja. 82 live. 14 regen. 27 fire. Na, war ich cold. Wenn ich mir jetzt mein altes Ding anschaue. Das ist eigentlich schlechter, ja. Oder Dexterity. Und Dexterity brauche ich. Hebe ich auf. Ja, 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 ja. Ja. Oh,'s your pussy glatt? Say you're top man, but you're looking soft. Me a top gal in the hobies yard. Get that pussy wet, wet, make that pussy fart. A sink there, man. Die Frage ist, was mache ich jetzt?